Zum Thema Tangente und Tangentialebene im dreidimensionalen Raum. In dieser Ebene OX, OY bestimmen wir diesen Punkt mit Koordinate XY und diesem Zahlenpaar XY ordnen wir eine Zahl Z zu, also Z ist eine Funktion des Zahlenpaars XY. Diese Zahl Z wird hier als Lot eingezeichnet. Und so entsteht der Graph einer Funktion f mit zwei Variablen XY. Dieser Graph ist also eine Fläche im dreidimensionalen Raum. Betrachten wir diesen Punkt P dieser Fläche mit Koordinate X0, Y0, Z0. Und jetzt schauen wir diese Ebene Alpha Index X mit kartesischer Gleichung Y gleich Y0, die Ordinate von Punkt P. Es handelt sich hier selbstverständlich um diese vertikale Ebene, die parallel zur X-Achse und durch den Punkt P verläuft. Der Schnitt dieser vertikalen Ebene, die ich hier Alpha X genannt habe, mit dem Graph der Funktion, das ist diese Kurve. Schauen wir uns das an. Und in dieser blauen Ebene suchen wir die Tangente zu dieser Schnittkurve, die den Punkt P enthält. Das heißt, wir suchen diese Gerade, diese Tangente. Schauen wir uns das nochmal an. Der Steigungsfaktor dieser Tangenten in der blauen Ebene wird berechnet durch die partielle Ableitung dieser Funktion f nach der Variablen X. Solch eine partielle Ableitung berechnet man, indem man f ableitet nach der Variablen X, während man die Variable Y als konstant ansieht. Man sagt, man leitet nach X ab und hält Y konstant. Sobald man diese partielle Ableitung gefunden hat, drückt man sie aus mit dem Zahlenpaar X0, Y0, Absisse und Ordinate von Pi. Das ist also der Steigungsfaktor dieser Tangenten in dieser blauen Ebene. Jetzt schalten wir Alpha X weg und machen Ähnliches mit dieser vertikalen Ebene, die als kartesische Gleichung X gleich X0 hat. X0 ist die Absisse vom angegebenen Punkt. Diese Ebene, Alpha Index Y, ist vertikal und sie ist parallel zur Y-Achse. Der Schnitt dieser Ebene mit dem Graph der Funktion, das ist diese Kurve hier. Und in dieser Ebene suchen wir jetzt die Tangente zu dieser Kurve am Punkt Pi. Der Steigungsfaktor dieser Tangente in dieser blauen Ebene, Alpha Y, wird berechnet durch die partielle Ableitung dieser Funktion, f, nach Y und diese partielle Ableitung drückt man dann aus mit der Koordinate X0, Y0, Absisse und Ordinate von Pi. Um diese partielle Ableitung nach Y zu berechnen, leitet man diese Funktion f nach der Variablen Y ab, indem man X konstant hält. Die Zahl X ist ja in dieser blauen Ebene konstant. So berechnet man also den Steigungsfaktor dieser Tangente. Diese zwei Tangenten, Tx und Ty, bilden diese Ebene Alpha. Diese Ebene Alpha ist Tangent zu dieser grünen Fläche an diesem Punkt Pi. Schauen wir das in der Animation. Diese Magenta Fläche, gebildet durch die zwei Tangenten Tx und Ty, ist effektiv Tangent zum grünen Graph der Funktion. Die kartesische Gleichung dieser Tangenten Ebene Alpha wird so bestimmt. Z minus das Lot von Punkt Pi gleich. x minus die Absisse von Punkt Pi mal Steigungsfaktor der Tangenten Tx plus y minus die Ordinate Y0 von Pi mal Steigungsfaktor dieser Tangenten T-Index Y. Und sobald man diese kartesische Gleichung gefunden hat, kann man dann die Tangenten T-Index X bestimmen als Schnitt von dieser Ebene Alpha X und dieser Magenta-Ebene Alpha Tg. Auch das schauen wir nochmal in der Animation. Also diese Tangente Tx wird bestimmt als Schnitt von diesen beiden Ebenen. Deutlich zu erkennen. Und genau so bestimmen wir die Tangente T-Index Y als Schnitt von Alpha Y, das heißt von dieser blauen senkrechten Ebene parallel zu der Y-Achse und der Magenta-Ebene Alpha Tg. Schauen wir wieder nach. Diese Tangente T-Index Y ist effektiv der Schnitt von der Magenta-Tangent-Ebene und von dieser blauen vertikalen Ebene. Das Ganze werden wir in den nächsten Tutorials in einigen konkreten Beispielen anwenden. Das Ganze wird mit dem Chat-Ebene giftiger am Anfang der Magenta-Ebene-Shitik. Das Ganze wird mit der Magenta-Ebene-Shitiger und von dieser blauen vertikalen.